Du möchtest in Wordpress, in deinem Wordpress Menü, einen Link in einem neuen Tab öffnen? Das ist gar kein Problem und genau das zeige ich dir jetzt in diesem Video. Grundsätzlich ist es ja so, dass interne Links auf deiner Webseite grundsätzlich im gleichen Fenster geöffnet werden. Wenn du allerdings eine Landingpage oder auf eine externe Seite verlinkst, macht es durchaus einmal Sinn, das Ganze in einem neuen Tab zu öffnen. Damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Oliver Pfeil und ich habe hier für dich eine Beispielinstallation vorbereitet und zeige dir das Ganze. Wir klicken hier einmal auf Design und Menüs und hier in diesem Menü, wenn ich hier auf den Pfeil nach unten klicke, habe ich hier grundsätzlich einmal keine Möglichkeiten. Wenn du hier oben allerdings, ich mache das Fenster jetzt noch passend für die Größe, auf Ansicht anpassen klickst, dann hast du hier erweiterte Menü-Eigenschaften. Und hier kannst du ein Link-Ziel, HTML-Attribut und verschiedene Dinge aktivieren. Und in dem Moment, wo du jetzt hier auf Link-Ziel aktivieren klickst, siehst du hier schon, dass du hier auswählen kannst, Link in einem neuen Tab öffnen. Und dabei spielt es jetzt keine Rolle, ob das eine interne Seite ist, ob das ein externer Link ist. Du kannst das jetzt für jeden deiner Menü-Punkte so auswählen. Wenn dir solche Videos gefallen, gib dem Video einen Daumen nach oben, abonniere gerne den Kanal, dann wirst du bei neuen Videos darüber informiert. Wir machen das Ganze jetzt. Ich klicke hier Link in einem neuen Tab öffnen. Hier unten klicke ich auf Menü speichern. Du siehst das jetzt im Bildschirm nicht, aber den Button kannst du dir vorstellen. Und dann aktualisieren wir hier diese Beispielseite einmal. Und wenn ich jetzt auf Produkte klicke, dann ist das jetzt ein neuer Tab. Du siehst das jetzt hier in dem Video nicht, aber das wird als neuer Tab so dargestellt. Kannst du ja selbst dann für dich auch ausprobieren. Über diesen Weg kannst du das dann auch wieder rückgängig machen. Und hier diese Einstellung entweder den Haken wieder rausnehmen. Oder auch hier das HTML-Attribut. Dann könntest du ja ein Title-Attribut noch mit einfügen. So entsprechend verwenden. So funktioniert das Ganze. Mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Ich bitte dich jetzt, gib dem Video einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal. Und dann sehen wir uns bei einem der nächsten Videos einmal wieder. Ciao und bis bald. Ciao und bis bald.